What? Nach ein paar aufregenden Geisterfolgen machten sich die beiden Geisterjäger auf den Weg zu einem Diner. Diese kleine, schnucklige Raststätte mitten im Nirgendwo, in der kleinen Geisterstadt Ghost City, schien denn der richtige Ort zu sein, um etwas zu verschnaufen. So. Wir nehmen mal Thermometer, dies und das mit und ich nehme den hier mit. Ah, cool. Der Eingang. Hä? Hm. Meine Taschenlampe ist kacke. Ah, hier. Hier, beim Diner, denke ich mal, ne? Oh, die Tür geht nach außen auf. Das ist mal was Neues. Fluchtweg. Hä? Das ist in vielen Sachen. Äh. Fluchtweg. Hier kommen wir gar nicht lang. Äh, hier ist der irgendwo. Okay, erstmal müssen wir die Electricity anschalten. Habe ich. Hallo. Hast du hier, äh, Licht? Ähm, was klopft hier? Kleinen Moment. Wo ist denn der Stromkasten überhaupt? Ach, er hat sich den Scheibwerfer gekauft. Oh Gott, das blendet aber. Phenon on Max Level. So. Dann wollen wir mal schauen hier. Äh, hier haben wir auch schon direkt zwei Grad. Licht flackern. Ey. Ey. Ich bin das nicht. Ne, ich weiß. Warte mal, ich hol mir mal gleich meine Kamera mit rein. Sonst macht das alles keinen Sinn, mein Kind. Es macht hier alles doch keinen Sinn. Das ist ein schäbiges Deiner hier, ey. Ja, mit ne Bruchbude, ey. Ich wollt hier nen dicken Trager. Ja, hier ging irgendwo ne Tür. Ja, ich hätt gern mal was aus der ordentlichen Goldkanne hier. Jasmin, wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir wollen abschalten. Ja, aber hier geht ne Tür und du quatschst. Ja. Und ich sag, pssst, ne Tür und du quatschst. Ja, wir wollen ja auch abschalten von der Geisterjagd, ne? Abschalten? Ja. Ich denke, wir wollen den Geist finden. Hä, wir sind hier zum Essen, denke ich. Du hast gesagt, ich krieg nen Burger und nen Kaffee. Ah, viel Spaß bei der Peke-Burger, denkst du ja, ey. Hier geht's ja noch weiter, ey. Ah, hier ist die Küche. Ja, siehste, dann kannst du mir gleich was zu essen machen, wie du es versprochen hast. Äh, Kaffee kostet 1,75, ne? Mhm. Kannst aber unendlich nachfüllen. Feuerzeug. Und den ganzen Tag Frühstück für 7 Dollar. Oh. Frische Limonade, nur 2,25. Oh, Träubchen. Das ist ja geil. Okay, haben wir hier irgendwo nen Ausweis? Wieso ist mein Strahler aus? Keine Ahnung. Boah, das riecht hier schon wieder so verbrannt, ey. So, ich guck mal hier noch ein bisschen Muff, ne? Hier ist wieder so ne komische Scherbe. Ich hab die mal eingesteckt. Wobei ich glaube, dass ich durch die Scherben immer vom Geist, äh, gefocust werde. Triggert mich mir ein bisschen, aber. Hm, Trigger, Peter. Ich dachte, hier kommt mir gleich ein Geist entgegen. Weil ich die Klotürn aufgemacht hab. Sven? Es gibt nur eine Katze und die heißt Sven. Hä? Hast du das gehört? Was? Es hat geknatscht. Voll, Patrick. Meinst du, die öffnen heute noch? Ey, wo sollen hier... Du warst in der Küche. Hä, aber wo höre ich die Tür? Ja, das hatte ich vorhin auch. Aber du hast ja gequatscht. Das sind die Schranktüren. Hm. Klopf, klopf. Äh, und die Küchentür. Also, er ist in der Küche. Sie? Er ist... Ja, mein Gott, Jasmin. Ich hasse dich dafür. Sehen. Auf, dass du vom Geist gejagt wirst. Hör auf zu furzen. Wir sind hier nur zu Gast. Hier, hinter dir. Wo? Hinter dir. Ich will mich nicht umdrehen. Hallo? Die Stadt geht auch hinter dir. Ehrlich. Entschuldigung, Ma'am. Ich hätte gern einen Kaffee. Die sah nicht mehr so aus, als wenn dir noch einen Kaffee macht. Meinst du? Oh, hier geht es ja noch weiter. Guck mal, hier ist ein Geheimgang. Ja. Krass. Alter, sind wir Freaks. Äh, wieso ist hier ein zerschnitzeltes Krankenbett mit Blutflecken dran? Äh. Was ist das hier? Äh, irgendwie glaube ich, das ist kein normales Diner. Bestell nicht die Leber. Ich weiß nicht, ob sie vom Menschen ist. Ich möchte hier wieder raus. Ich habe einen Ausweis. Ja, schön. Alter, was ist das denn, ey? Äh, der Name ist Scarlet Thomas und er ist 25 Jahre alt. Oh, der Kiste. Boah, ich wollte gerade sagen, was blinkt. Ähm, Scarlet, ich habe mal eine Frage. Von welchem Tier ist die Leber auf der Speisekarte? Vom Keim. Hier ist ein Tresor. Oh, ist da Geld drin? Gehen hier auf. Was liegt denn hier? Ein Bolchen? Spendeorgan. Hier ist das Reacher-Brett. Was haben die hier gemacht? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Das ist bestimmt so eine Hinterhal... Äh, äh, so eine Sekte. Bestimmt machen die auch Moonshine hier irgendwo hinten. Hier hängt ein Bild. Was ist das für ein Bild? Äh, ein Bild. Äh, guck mal. Nee, guck mal. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich habe hier einen blutigen Handabdruck an der Wand. Und ich habe hier einen elektrischen Stuhl. What the fuck ist das hier? Ja, hier hängen auch überall Bilder von Körpern. Ja, ich weiß. Heftig. Alter, das ist ja riesig. Hier geht es noch weiter. Ähm. Nee. Was legt das aus? Die Tür können wir nicht aufmachen. Aber du kannst hier irgendwas dran drehen. Scheiße, warum ist denn jetzt der Strom aus? Ich wollte das hier anmachen. Bestimmt ist die Sicherung wegen dir durchgebrannt. Oh, ja, das haben wir davon. Zu viel Strom verbraucht. Mein Batterie, Akku geladener, äh, Strahler, ja. Wir haben Dunst und Orbs. Oh, ich würde das trotzdem gerne mal anmachen. Man. Just saying. Wo ist jetzt der Strompressen? Äh, oh Gott. Wo bin ich denn da hingekommen? Richtung Toilette. Oh, da flackert das. Was ist denn das hier für eine Bude? Komme ich hier wieder raus? Wo bist du denn? Ach, da. Ich weiß nicht, ich stehe vor dir. Also hier habe ich Dunst und Orbs. Aber sie war ja in der Küche, ne? Wir gehen mal in die Küche. Ich will dieses Ding da anmachen. Wo war der Stromkasten? Hä? Der ist an. Hä, nee. Hä, was? Hä? 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 Gibt es hier zwei Stromkästen? Hä? Aber hinten war doch gar kein Strom. Ach so, ja, muss ja, ne? Für hinten wahrscheinlich dann. Nein, hier ist Strom. Strom ist wieder an. Hä? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt habe ich aber die Faxen, Dickie, ja. Scheißgeister. Äh, EMF 3. Scheißgeistergespuke. Boah, Arschel ist das. Äh, EMF 4. Mhm. Hier ist kein Licht. Hä? Ich habe doch eben Licht angemacht. So, wo war denn der Raum? Warte, ich komm mit. Äh. Hier, ne? Ja. Ist ja wieder ausgegangen. Nee. Scarlett, setz dich mal auf den Stuhl. Ey, der Typ redet doch schon. Wer? Hast du es nicht gerade gehört? Nö, ich hatte nix. Scarlett, setz dich mal auf den Stuhl. Wieso kann man das nicht? Meinst du, die ist hier, äh, hingerichtet worden? Weiß ich nicht. Ich finde das schon doof, dass wir hier nix machen können. Oh, da war sie eine hinrichtende. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Blutspur. Das habe ich schon gesehen. Boah, ich will das anmachen hier. Ich würde mal gucken, wie wir den Geist hier ermitteln. Mit dir ist ja nicht gut Kirschenessen heute. Ja, du schreist voll. Negativ, Mensch. Nee. Ich hoffe, das war bei dir. Nee, aber das ist ja schade. Ich würde das gerne mal anmachen, aber... So, hier geht es ja noch weiter, ne? Oh, Gottes... Penis! Hier geht die Schleischspur weiter, aber hier kommen wir nicht rein. Oh mein Gott. Schade. Alter. Wo denn? Gottes Penis, ich wurde gejagt. Von Gottes Penis? Nein, ich... Keine Ahnung, Gottes Penis ist mir so rausgerutscht, aber ich wurde gejagt. Mir ist gerade was richtig hinterhergelaufen. Ich habe es nicht gesehen, weil ich mich nicht getraut habe, mich umzudrehen, aber ich bin gelaufen. Guck. Das bist du. Hinter dir! Ein Schatten. Na, ich wurde wirklich gerade gejagt. Okay. Alter Schwede, ey. Da habe ich auch mal ein bisschen Herzflimmern gekriegt, du. Das war denn zu viel des Guten. Das ist bei dir normal. Ich habe gerade Kinderstimmen oder so gehört. Was habe ich denn alles mit dir? Ach, Julie schnarcht so. Ich wollte gerade sagen, was geht es denn? Ich habe noch die Kamera. Die habe ich noch gar nicht platziert. Ach, Petri. Ja, grüß Gott, ne? Meinst du, die hat mich gejagt, weil ich sie so ein bisschen piesacke? Weiß ich nicht. Alter, schnarcht die. Wo bist du? Also, ihr erfährt dich auf jeden Fall. Was haben wir denn für Quest? Bleibe in einem Schrank ruhig. Stoppe den Geist mit einem Kruzifix. Betreue den Geist während der Jagd mit Räucherwerk. Räucherwerk haben wir nicht. Ruhig bleiben können wir. Bist du hier? Kannst du mit mir sprechen? Wie alt bist du? Wo bist du? In welchem Raum? Bist du hier? Wo bist du? Hallo? Kannst du mit mir reden? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Kannst du mit mir sprechen? Bist du in der Küche? Bist du gerade dem Idiot hinterher gelaufen? Nein, sie hat mich verfolgt. Habe ich doch gesagt. Ja, richtig. Das war nicht sehr nett, Jasmin. 0,4 Grad im Konferenzraum. Wo bist du hier? Hallo? Rede mit mir. Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Wo bist du? Nö, kommt nix. Zählt das schon? 0,6, 0,8. Hm. Aber hier ist keine Action, ne? Nee. Gib uns ein Zeichen. Keine Action, er heult fast eben. Das war eine allergische Reaktion. Es flackert das Licht. Ich habe 0 Grad, aber 0 Grad ist nicht gefriert, ne? Noch nicht ganz. Sie war gerade im Folterraum. Im Folterraum. Im Folterraum. Haben wir überhaupt schon irgendwas? Ja. Was denn? Geisterorbst und Dunst. Geisterorbst, echt? Ja, schön, dass du mir zugehört hast. Ja, manchmal muss man dich ignorieren. Ja, danke. Gerne. Doch. Gerne, gerne. Aber Orbs, ich mag dich nicht. Ich bin ja auch nicht gut auf Gegenseitigkeit. Schön. Wir sind auch nur Kollegen. Ja. Geisterkollegen. Unter 0,0 Grad komme ich hier gerade nicht. Aber ist schon ziemlich kalt, ne? Also, es könnte ja sein... Komm doch über 0 Grad. Hm? Komm doch über 0 Grad. Ja, das kriege ich leicht hin, aber... Jetzt habe ich 8. 8. Hm. Aber kein Minus. Hallo. Ist hier jemand? Und... Oh, guten Tag. Kannst du mit mir reden? Wo bist du? Keine Antwort. Bist du hier? Kannst du mit mir reden? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Kannst du mit mir reden? Sehr, sehr ruhig. Die Madame. Ich versuche es nochmal in der Küche. Da ist sie uns ja erschienen. Bist du hier? Keine Antwort. Kannst du mit uns reden? Keine Antwort. Gib uns ein Zeichen. Keine Antwort. Okay. Ich glaube, sie hat Halsmaul oder so gesagt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Halsmaul? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Geisterbox. Echt? Ja. Antwort Geisterbox. Ja, den Geist haben wir noch nicht. Das klang halt wie... Halsmaul. Weiß nicht. Ja, selbst der Geist kann dich nicht ab, wenn du so viel Quatsch stellst. Vielleicht packe ich die auch schon voll ab. Ja, richtig. Das ist ja ärgerlich, ne? So schnell würde ich mich nicht los. Glaub mal, die würde dich schneller los, als du gucken kannst. Jetzt licht es wieder an. Das ist gut. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe auch... Ich habe... Ist er wieder weg? Nee. Das ist der Cognac. Cawineac. Was? Hast du jetzt auch im Buch? Ach da. Cool. Ach, der ist schon wieder. Den haben wir auch oft, ne? Den haben wir eben gerade zum ersten Mal. Nee, den hatten wir schon mal. Den haben wir aber nicht, äh... Oder war das ein anderer? Das war ein anderer. Das war dieser... Ja, der sah auch so komisch aus, Mann. Wie aussehen, Alter. Das war dieser Kiju, oder wie der hieß. Ja, aber den haben wir auch nicht mehr im Buch drin. Doch, hier. Kiju. Mhm. Also wir brauchen das Ritual von Anak. 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 Einen Schädel. Okay, warte mal. Ich, äh, packe das Buch nochmal kurz zurück. So, Taschenlampe brauche ich eigentlich nicht. Also ich habe drei Kerzen. Mehr passt bei mir nicht. So, warte mal. Bin ich denn jetzt hier? Hä? Oh, ich bin einmal am Kram. Was habe ich gesagt? Drei Kerzen, einen Schädel, ne? Ich habe schon drei Kerzen. Okay, dann nehme ich noch Feuerzeug mit. Kann ich noch eine Sprühdose mitnehmen? Drei oder zwei? Warte mal. Ich muss gerade selbst schauen. Ja, Alter, mach dich mal schlau, ne? Guckst du dir Arsch mal? Äh, drei Kerzen habe ich. So, und dafür brauchen wir wieder das Siegel des Cess. Wo machst du denn das jetzt? Ähm, ja, weiß ich nicht. Wollen wir das wirklich gleich hier vorne machen? Hä? Ah, ich dachte, du wärst schon drinne. Ja. Ich würde es hier vorne gleich machen. Okay. Dann mache ich jetzt mal so ein illegales Straßengraffiti hier auf dem Boden. Und zwar... Alter, schmeiß ich denn die so, ey? Ey, das Siegel ist gesperrt. Okay. Wieso können wir das Siegel nicht sprühen? Wir brauchen das Siegel. Was brauchen wir denn dafür noch? Ach, ich muss vielleicht... Warte mal, wenn ich... Ja. Okay, jetzt... Kann ich jetzt ein Siegel sprühen? Ah, okay. Jetzt geht's... Was war das Problem? Äh, ich musste das in dem Buch, in dem Ritualbuch erst auswählen. Oh, ich brauche einen Knochen und keinen Schädel. Vielleicht brauche ich doch einen Schädel. Ich brauche einen Knochen. Das ist ja faszinierend. Du kannst ja schon mal die Kerzen reinstellen. Ich nehme nochmal den Knochen eben mit. Wenn du mal aus dem Weg gehen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Danke. Ich bin mir nicht sicher, habe ich den Knochen drinne? Alter, jetzt steht der schon wieder am Weg. Ey, du hast ein Talent dafür. Das ist so wahnsinnig. Vier Kerzen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss nochmal nachgucken. Die Kerze geht nicht an. Drei Kerzen brauchen wir. Warum stehen jetzt hier vier? So, vier Kerzen und ein Schädel. Und warum geht die nicht an? Wir brauchen noch eine Kerze. Hä, aber warum gehen die anderen denn an? Da hast du schon Kerzen reingestellt. Das ist ja wie so eine Steckformschablone. Ach so, woher soll ich denn das wissen? So, warte. Ah, ich warte. Aber jetzt habe ich hier, ich habe hier einen Knochen in der Mitte. Da muss ein Schädel hin eigentlich. Warum nimmst du den Schädel nicht? Kann ich nicht. Never. Fuck. Ist die Tür zu? Oh, nein. Nein, schieß auf. Oh, Gott. Und ich stehe die ganze Zeit draußen. Dann gucke ich nur wegen dem blöden Schädel. Und dann geht die Tür zu. Oh, Gott. Ja, und du? Ich habe das Ritual von Anak ausgewählt. Da steht Schädel. Ja, warum nimmst du den nicht? Ich gehe, da kann ich nur einen Knochen reinlegen. Warum auch immer. Aber ist das vielleicht der falsche Geist? Äh, du schwebst gerade. Ich? Ja. Ich bin draußen. Nein, du stehst. Das Ding war gerade rot und du warst über dem Ding und hast geschwebt. Das finde ich aber semi-cool. Das sagt mir jetzt gar nicht zu. Ich wollte gerade sagen, hey, was macht der da? Ich habe doch dieses Symbol genommen, ne? Wer weiß, du hast schon das erste auch schon falsch gehabt. Ups. Was soll denn jetzt? Ich gucke noch mal ins Buch. Also, wir brauchen das Siegel des Selsen. Äh, der Bewegungsmelder ging gerade an, glaube ich. Ach, was weiß ich. Das wird schon richtig sein. Ich habe ja, ich habe doch den... Äh, aber ich denke, das soll ein Schädel sein. Oh, nee, geil. So. Okay. Äh, bist du drinnen? Äh, nee. Du musst reinkommen. Ich brauche mein Geld. Du musst reinkommen. Ich brauche mein Geld. Jetzt komm rein hier, sonst geht das nicht. Ja, ich hab... Natürlich geht das. Ich stand vorhin auch draußen, oh Japfel. Komm jetzt rein. Ich stand doch die ganze Zeit dran. Komm jetzt bitte rein. Ich bin doch hier. Ich stehe hier. Da stand ich vorhin auch bei dem letzten. Muschi. Ich bin doch drinnen. Ich muss erst mal gucken. Scarlett, wie hieß die? Keine Ahnung. Thomas. Okay. Scarlett Thomas. So. Erste Portal. Ist natürlich am Arsch der Welt. Ich hab gar keine Ausdauer mehr. Schließen, 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 schließen. Du bist ein Affe. Geht doch. Da hat irgendwas voll gekreischt eben, ne? Hast du das gehört? Nee, aber es wäre echt cool, wenn du mir helfen würdest. Hey, bei was? Mach ich doch. Von draußen oder was? Ja, ich habe doch gerade schließen, schließen. Du musst vorm Portal stehen. Hey, das ging doch. Wir beten, damit du uns erhörst. Allmächtiger Gott. Was war das? Lass es vor deinem Gesicht sein. Lass es vor deiner Größe sein. Die Macht Satans erzittert. Lies das Portal. Schließen, 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 schließen. schließen, schließen. Du musst direkt davor gehen, sonst steht das nicht. Du musst direkt davor stehen, sonst geht das nicht. Geht doch. Nein, das bin ich, du Affe. Entschuldigung. Ja, aber das geht doch auch alleine. Besiege unsere Feinde. Man macht ein Ritual alleine eigentlich sowas. Nein, normalerweise hat man Priester und Zeugen dabei. Besiege unsere Feinde. Kannst du auch alleine spielen, das Spiel? Sage den Namen des Geistes. Sage den Namen des Geistes. Musst du den sagen vielleicht? Achso, Scarlett Thomas. Scarlett Thomas. Schon zerstört, ey. Scarlett Thomas. Geh raus, Böses. Geil. Das war so dumm. Sage den Namen des Geistes. Das ist zwei Mal, dass du das gemacht hast. Oh, ist das fettig, ey. Das sieht ja wunderschön aus. Aber wir haben schon wieder keine Quest gemacht, ne? Nö, du willst ja auch die ganze Zeit Rituale machen. Ja, ich find das voll geil. Ich wusste ja nicht, dass ich dabei in den Stich gelassen werde. Hast du auch gut gemacht. Du bist kurz vor der Kündigung, Fräulein. Kurz vor der Kündigung. Eigentlich stehst du schon einen Meter dahinter. Ich will ja auch die ganzen Rituale machen. Jetzt nimmt die das auch noch auf. Hm. Hm. Nee, nee. That tent is only for customers. Äh, nee, Quatsch. For workers. Employees only. Das Zelt ist nur für Kundschaft. Ja, wir können jetzt leider, äh, ja, ruhig im Schrank. Ich will mal sehen, wenn sowas schief geht, ey. Wie das dann aussieht. Das wirst du nie erfahren, denn dafür musst du mit reinkommen. Nee. Wenn's schief geht, nicht. Muss ich nicht für reinkommen. Doch. Nein. Sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind? Vielleicht. Ding, ding. Great job. Great job. Was denn? Ach so. Das war das Ding, wo wir rausgegangen sind. Ja. Weil jemand sein ganzes Zeug vergessen hat. Okay. Wir haben nichts abgezogen gekriegt. Wir haben 750 XP. 210 Dollar. Level 6 sind wir schon, ey. Ja, aber wir müssen mal anfangen, die Quests zu machen. Ja, du willst doch die ganze Zeit diese blöden... ...Dings da machen. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ich würde die Quests ja sowieso wieder alleine machen müssen. Mhm. So. So wie ich die letzte Mal mit dem Salz gemacht hab, ne? Du hast... Du hast den Boden verschmutzt. Das hat ja nichts mit einer Quest zu tun. Eine Quest ist sich der Gefahr stellen, Jasmin. Der Gefahr. Ach Gott, Jan. Die hab ich jeden Tag zu Hause, die Gefahr. Du hast Popel in der Nase. Auch? Ekelhaft. Ich kann dein Kinn lecken. Hm? Ich bin fertig. Oh, der Tee ist lecker, ey. Ich mach mir nächstes Mal eine größere Tasse. Ich hab doch so eine große... Mann, Schmack jetzt fertig. So 410 hab ich da gar nicht reingemacht. Bloß jetzt. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschalten. Einschalten. Liken. Wer's noch nicht getan hat, kann's jetzt sehr gern nachholen. Jetzt ist der Moment. Macht das bestimmt keiner mehr. Lasst ein Like da. Ich hab euch lieb. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ich hab euch lieb.